Ann-Christin Knuth eröffnete im neuen Gründerzentrum Setup im Levopark Bad Segeberg ihre Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Personalwesen. Strategie 2 ist der Name des jungen Unternehmens. Das ist eine Unternehmensberatung im Bereich Personal. Das heißt, wir übernehmen für Unternehmen, die vielleicht nie eine Personalabteilung aufgebaut haben, die Personalarbeit. Oder helfen der Personalarbeit bei speziellen Fragen, wie zum Beispiel, wie gehe ich um mit Elternzeitlern, damit, wenn sie wiederkommen, sie sich nicht völlig fremd im Unternehmen fühlen. Meine erste Anfrage war tatsächlich ein Unternehmen, das eine hohe Fluktuation hatte und überhaupt keine Ahnung, wo das herkam. Und da war ich dann so eine Art Kommissar unterwegs und habe Spuren gesucht, warum die Mitarbeiter so häufig gehen. Ich komme durchaus dazu und spreche auch gerne mit den Arbeitnehmern, weil ohne persönliche Eindrücke findet man meistens nicht diesen roten Faden, den man braucht, um dann eine Lösung zu finden.